Tolliforbing in Altena! So, ich stelle jetzt mal die Athleten einst im Tor. Zur Vorbereitung zur Weltmeisterschaft in Tolliforbing, Janis Hügel! Auch zur Weltmeisterschaftsvorbereitung, Tanja Schade! In paar Tausendien vertritt Altena! Jetzt wollte ich schon wieder, ich sag's heute noch mal, Schade! Michael und Anerkermann! Und der aktuelle, meine Hand, aktuelle Mr. Universum, das heißt, die Mr. Universum-Wahl gibt es seit 60 Jahren! Team Connery, Arnold Schwarzenegger, alle standen auf dieser Meile des Erfolges! Wir haben nach 60 Jahren den jüngsten Ben Mr. Universum gestellt! Und der kommt auf Seite, der Tom Sartori! So, alle runter, jetzt machen wir die Einzelshow, meine Damen und Herren! So, Janis bleibt hier! Janis Hügel! Ermitteln! Vielen Dank.